So, wir sind bei der nächsten Mission, die lautet einmal Machtrix, damit dein Kopf nicht euch repudiert. Keine Rewards! Okay. Auch mal interessant. Wieso keine Rewards? Ah, toll. Da war gerade einer, eigentlich. Ah, ja, ich bin gerade nicht so gut, komischerweise. Weil ich auch immer so gut bin, haha. Oh, nein, wieso fliegst du hin? So, ich muss, Achtung, ein bisschen aufpassen. Ich muss ja manchmal unterbrechen, damit die Prozente weggehen. 50 Sekunden, Pharmateur. Nein! Das war alles nicht geplant. Oh, Moment. Oha! Mein Kopf geht hier ab. 60 für Bro. Achtung! Irre! Krankenschaften auch noch. Oh, da war gerade 100%. Okay. Ja, irre, easy. So, weiter, weiter. Oh, mein Kopf, Alter. Ja, ich habe gerade noch irgendwie gerade Punkte gemacht, aber irgendwie sind die Prozente gar nicht runter, aber ja, egal. Irre geschafft. Sehr schön. Brotdosenbringer. Brotdosenbringer. Schnappt hier so viele Brotdosen wie möglich und bringen sie zur Baustelle. Okay, wieso hatten wir die Brotdosen nicht in der Schule? Hätten doch ein bisschen besser gepasst. Wo ist die Baustelle? Ah, in der Mitte, glaubt, gell? Müssen wir erst mal gucken, natürlich, wo am besten das geht. So, wir grinden hier einmal durch. Ein bisschen schneller, bitte, Toni. Dann hätten wir rüberspringen können. So, oh, Achtung. Ah, hier sind gar keine mehr. Oh, doch, hier. Okay, verpasst. Aber hier kriegt man ziemlich gut welche. So, und wo muss ich hin? Vielleicht auch hier hin, oder? Kannst du nur nicht mal abgeben. Brauch noch ein paar. Nein. Oh, ich hab sie aber noch. Irgendwann kommen ja die Pfeile. Alter, wann kommen die Pfeile? Wofür muss ich einsammeln? Alle auf einmal? Also alle 50, oder wie? Nein, sowas nicht geplant. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht hinfliege. Das wäre nämlich nicht so gut. Ich wollte grinden. Ne, ich hab's schon 20 abgegeben. Hä, wo hab ich abgegeben? Ich auf der Baustelle war halt. Gar nicht mitbekommen. So, Achtung. Ui, das war aber auch knapp. 21. So, hier einmal hab ich's ja abgegeben. So, fünf Stück fehlen noch. Ah, ich springe aber falsch. Gibt's ja gar nicht. So, einmal ganz kurz. Und umdrehen. Ah, das werd ich nicht schaffen. 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 Oh, nein. Nicht abgegeben. Aber die Tour müssen wir immer machen. Die ist eigentlich so ganz gut. So viel wie möglich einsammeln. Dann zurück. Und dann, äh. Moment mal. Hier. Hier rum, gell? Hier so runter grinden. Dann den Pool entlang grinden. Dann wieder, ähm, zurück. Moment. Äh, wieder auf der einen Seite zurück grinden. Wo die ganzen sind. So, ja. Aber jetzt nicht alle. Aber egal. Hier zurück grinden. So, dann haben wir 25. Oh, sogar 25. Okay. Wieso nimmt er sie nicht? Jetzt einmal. Wollt mich ja schon beschweren. Meine schönen verdienten Brotdosen hier. So, einen Moment. Ui, ui, ui. Und hier randalieren. Wer ist hier grinden? So, zack, 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 zack. Ja, da schaffen wir sogar mehr. Eine Runde schaffen wir, glaub ich, noch. So. Einmal die Baustelle. Okay, Moment. Eine Richtung. So, schaffen wir noch eine Runde? Ich weiß es nicht. Wie lang hier so eine Runde braucht. Das muss ein bisschen schneller sein. Damit wir hier so rüberspringen können. Nein. Ja, komm. Obwohl, eigentlich brauche ich nochmal 25. Ne, 24. Komm, schneller, Toni. Oh, reicht das? Ja. Doch, das reicht sogar. Ja. Perfekt. Einmal den Pro geschafft. Ringrandale auf dem Dach. Rassi, so schnell wie möglich durch die Ringe. Okay. Das kann natürlich wieder ein paar Wiederholungen nach sich ziehen. Weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Oha. Okay, wieso bin ich rübergesprungen? Ähm, okay. Ähm, Moment mal. Komm ich gar nicht hoch. Kann das sein? Wieso komm ich hier nicht nach oben? Das irritiert mich jetzt so ein bisschen. Irgendwie schaffe ich es nicht. Wer ist denn das oben? Alter. Ich sehe das gar nicht. Wo das sein soll. Der ist voll weit oben, oder? Okay. Wie soll ich das schaffen? Brauche ich ja meine Superfähigkeiten. Aber an sich wird es schon ein bisschen übel. Okay. Einen Moment mal. Guck mal, den kriege ich ja auch nicht. Wieso? Hä? Vorher habe ich ihn doch bekommen. Ich verstehe das nicht. Wieso kriege ich die nicht? Aber den ersten habe ich doch vorher bekommen. Also, wieso kriege ich dann den anderen nicht? Oder jetzt den ersten nicht? Aber bis ich da meine Superfähigkeiten habe, das dauert ja voll ewig. Wieso, zur Hölle komme ich da nicht nach oben? Ich verstehe das echt nicht. Ich muss hier was Spezielles drücken. Ich verstehe es nicht. Hier drehe ich mich ja. Jetzt plötzlich habe ich ihn. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Ich verstehe das nicht. Wie hieß, zur Hölle soll ich da hochkommen? Muss ich da jetzt wirklich eine Kombo hinbekommen? Wegen den Fähigkeiten oder nicht? Aber das wäre doch ein bisschen mies an sich. Oder wie viele Ringe sind es denn überhaupt? 30 Ringe und dann noch die Fähigkeit zu bekommen. So, okay. Moment, wir fangen mal an. Naja, das hat ja super funktioniert. Oh, ich habe sie ja schon. So, einen Moment. Kriege ich den auch? Okay. Hat der sogar funktioniert? Okay, das sollte man natürlich wissen, dass man da hochspringen muss. Der ist natürlich ein bisschen mies. Aber das mit den Fähigkeiten, das ist ja auch ein bisschen mies, oder? So, mitgenommen. Den da auch. Den da. Den da. Wie geht es weiter? Hier natürlich so ein Sprung. War ja fast klar. Oh, bis jetzt sind sie relativ einfach. Oh je, was geht jetzt ab? Ich gehe hier wieder voll nach oben. Das ist natürlich super. Okay, so kann ich natürlich auch hochfliegen. Alter, weißt du, jetzt gehe ich eben wieder voll weg zurück. Alter, wir müssen das schaffen. Guck mal, wer jetzt ja schon wieder oben ist. Da brauche ich wieder die Fähigkeiten. Das ist doch übel. Das ist doch richtig übel. Okay, wie viele haben wir noch gefehlt? Ich sehe es gar nicht. Das ist natürlich mies. Aber viele waren es, glaube ich. Okay, ich muss da drüben, wenn ich da rüber grinde, muss ich so viele mögliche Punkte machen, wie es geht, damit ich hier einmal die Ringe bekomme oder die Fähigkeit. Oh, das habe ich einmal falsch gedrückt. So, wir gehen nochmal kurz rein. So, los geht's. Gleiche Punkte machen. Drüben beim Grinden natürlich auch wieder Punkte. Ansonsten wird das ja nix. Oh, ist nicht die Kombo weggegangen. Schon wieder. Okay, das reicht. So einmal. So einmal. Nein, falsch rum. Oh, einen Moment. Nein, und dann. Oh, das nervt dann. Wenn man doch automatisch wieder von vorne anfangen. Wenn man da zurückgeht, dann bringt das eh nix. Das ist ein bisschen mies. So, das war auch schon wieder ein schlechter Anfang. Wieso geht der Menu nicht gleich danach? Jetzt ging's doch. So, den mitgenommen. Die zwei mitgenommen. Oh, perfekt. So. So, wir haben wieder die Fähigkeiten. Sehr gut. Weil wir die ja jetzt brauchen. So, einmal. So, einmal. Ja, Crankton natürlich. Oh, da sind aber schon noch einige. Wow, der war aber auch knapp. Alter, wie komm ich da hoch? Wie mies. Wie komm ich da jetzt hoch? Oha. Moment mal. Hä? Ich bin in dem Zwischending. Und dann soll ich irgendwie ganz nach oben kommen. Kann mir das einer erklären, wie ich da das schaffen soll? Tja, schon ein bisschen übel. Okay, nochmal neu starten. Äh, ich hab jetzt echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, das reicht. Nein, das reicht nicht. Wollt ihr mich verarschen? So, jetzt einmal. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. So, hier grinden, bitte. Ein bisschen Punkte machen. Okay, reicht. Alter, wie soll ich da hochkommen? Ich verstehe es immer noch nicht. Wie ich hier den Wechsel machen soll? Nein! Und dann fliege ich runter. Kann ich mich immer noch nicht fragen, wie ich da weitermachen soll.